hallo freunde und willkommen in diesem video nur ganz kurz mit ein kleiner tipp der aber wirklich sehr wichtig und hilfreich ist finde ich zumindest es geht mal wieder um ransomware das ist eine erpresserische malware die daten verschlüsselt im schlimmsten fall den ganzen computer oder auch mobilgeräte spät um dann den opfer auf welche weise auf immer zu erpressen was aber an so wer ist durfte mittlerweile bereits schon so ziemlich jeder schon mal gehört haben leider kann man sagen und nun will ich euch zum einen ein paar tipps zur vorbeugung geben und zum anderen was wir tun beziehungsweise nicht tun sollten wenn wir opfer solche attacke geworden sind und zwar gibt es da ein super coolen projekt was ich euch unbedingt zeigen wollte der no more ransomprojekt hier die webadresse lautet no more ransom.org die offizielle seite das ist jetzt hier die startseite das gibt es in viele sprachen beziehungsweise ich switche das jetzt mal auf deutsch und hier finden wir wirklich ganz ganz viele infos auch hilfe wenn wir opfer geworden sind tipps zur vorbeugung entschlüsselungswerkzeuge und so weiter beziehungsweise wir können aber schnell durchgehen hier schnell haben wir einmal den crypto sheriff hier können wir eine oder zwei dateien hochladen wenn wir vielleicht opfer geworden sind und wissen aber gar nicht genau ob was für eine art von ransomware sich dabei handelt da gibt es natürlich einige ja hier wird gescannt und versucht herauszufinden was das für eine ransomware ist und ob es auch schon ein tool gibt was unsere dateien wieder entschlüsseln falls das der fall ist wird uns direkt ein link auch zur verfügung gestellt zum download des tools das ganze kostenlos natürlich hier haben wir noch mal wie gesagt viele viele infos ja geschichte arten und so weiter und so fort hier sind ein paar tipps zur vorbeugung wie wir uns da verhalten sollten damit wir nicht opfer solche attacken werden hier was wichtig ist die entschlüsselungswerkzeuge wenn wir betroffen sind und wissen ganz genau um was es sich für eine ransomware handelt können wir hier ja gezielt suchen nach einem entschlüsselungs tool um unsere dateien wieder zu entschlüsseln hier zum beispiel ja hier können wir das direkt herunterladen kostenlos wie gesagt es kann sehr sehr hilfreich sein straftat melden hier haben wir die möglichkeit direkt eine straftat zu melden falls vier opfer geworden sind direkt an einer hier lokale polizeiwache wenden vielleicht oder hier melden dann haben wir hier die partner genau die begründungspartner hier sind übrigens der europol hier das ist dieses european cyber center die niederländische polizei kaspersky und mcafi er hat jetzt weiteres gibt es hier natürlich auch großzügige partner halt und es gibt es auch viele behörden die da mitmachen wie zum beispiel hier die belgische polizei rumänische polizei französische polizei und so weiter das ist jetzt vielleicht und hier ja noch ein paar sätze über das projekt halt zwei drei vier sätze hier worum es geht und ein paar infos genau das was im prinzip auch schon alles ich fand das hier sehr interessant und hilfreich und deswegen wollte ich unbedingt mit euch teilen ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein like und ein aber für ich mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat danke fürs zuschauen bleibt sauber und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal